Ich bin Thor Alexander. Ich starte heute eine Serie von Videos zur Auswandererberatung. Ich bin seit 30 Jahren im Finanzbereich aktiv, beschäftige mich mit Geldanlagen, mit sicheren Geldanlagen, mit nachhaltigen Geldanlagen, aber auch mit Geldanlagen, die eine hohe Rendite haben. Ich habe zahlreiche Bücher veröffentlicht, die letzten natürlich zu Krypto, aber bei meiner Beratung zu Geldanlage und zur Auswanderung geht es natürlich nicht um Krypto, sondern es geht um analoge Investments in die Grundbedürfnisse, in Finanzprodukte oder Ähnliches. Wichtig dabei ist aber, wie ihr euch schützen könnt oder wie du dich schützen kannst vor den geplanten und im Anmarsch befindlichen Vermögensabgaben, wie du dich schützen kannst vor dem Euro oder dem Währungscrash und wie du sich vor staatlicher Enteignung und vor anderen Ungemach schützen kannst. Sprecht mich an bei Fragen. Ihr findet meine Kontaktdaten unter jedem Video. Ich freue mich auch über Kommentare oder Fragen unter dem Video. Das Beste ist natürlich, ihr kommt in meinen Telegram-Kanal. Auswandern, Geld, findet ihr auch den Link unten unter dem Video. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Videos zum Thema Geld, Finanzen und Auswandern. Also, bis zum nächsten Video.